Hallo liebe Fußballfreunde, ja meine Prognose, Vorschau und Tipp für das 22. Spieltag Topspiel der 2. Bundesliga. Hannover 96 gegen Greuther Fürth, der 5. gegen den 4. Hier sehen wir gerade die aktuelle Bundesliga-Tabelle der 2. Liga. Ja, Greuther Fürth mit 35 Punkten auf Platz 4. Mit einem Punkt dahinter Hannover 96, also ein wirkliches Topspiel der 2. Bundesliga. Ja, Hannover 96 wird natürlich alles versuchen, zu Hause gegen Greuther Fürth 3 Punkte zu holen, um so an Platz 3 näher dran zu kommen. Und die Greuther Fürth natürlich auch, wollen zumindest einen Punkt aus Hannover mitnehmen. Dann schauen wir mal den letzten Spieltag der 2. Liga an. Ja, Hannover 96 mit einem starken Auswärtssieg, mit einem 4-3-Sieg beim HSV. Ein Megaspiel von beiden Teams. Ja, Greuther Fürth letzte Woche zu Hause mit 2-1 verloren gegen Hertha BSC. Das war natürlich auch die große Chance, noch weiter in der Liga nach oben zu kommen. Der erfolgreichste Torschütze derzeit bei Hannover ist Torchardt mit 9 Toren in 15 Spielen. Der beste und erfolgreichste Torschütze bei Greuther Fürth ist Horgota mit 8 Toren in 21 Spielen. Dann schauen wir uns mal die möglichen Aufstellungen für dieses Topspiel Hannover gegen Fürth an. Ja, Hannover 96 muss auf Heizenberg einer Rotsperre verzichten und Moroja ist immer noch verletzt. Dazu kann dann Greuther Fürth bis auf Gisselmann die beste Elf in Hannover aufstellen. So können beide Trainer für diese Partie fast auf ihren kompletten Kader zurückgreifen. Und man kann sich auf ein wirkliches Topspiel der 2. Liga freuen, liebe Fußballfreunde. Dann schauen wir uns mal die letzten 6 Zweitligaspiele beider Teams an. Ja, Hannover mega stark mit 3 Siegen in Folge. Greuther Fürth ist ein bisschen eingeknickt mit 2 Niederlagen in Folge. Allerdings davor auch 2 Siege. Also das wird schon ein richtiges Topspiel der 2. Bundesliga. Dann schauen wir uns mal die letzten 10 Partien beider Mannschaften gegeneinander an. Ja, da hat Hannover 96 5 Mal gewonnen. Greuther Fürth 2 Mal. Dazu gab es dann halt 3 Remis. Also es sieht immer nach einem Sieger aus, auf welcher Seite auch immer. So, liebe Fußballfreunde. Dann kommen wir mal zu meinem Tipp für Hannover 96 gegen Greuther Fürth. Ich tippe auf einen klaren 3 zu 1 Heimsieg für Hannover 96. Was ist dein Tipp? Schreib deinen Tipp in die Kommentare. Ja, liebe Fußballfreunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke für mehr Fußballvideos. Dann viel Spaß noch. Tschüss.